Das schneiden kannst du ja dann bei dir machen. Ja, ich melde mich auf alle Fälle zurück und ich bin durch die Tür gegangen. Wow! I, was ist das denn für ein Vieh? Ja, genau. Das krabbelt ja. Wow, Frame-Einbruch. Ich habe keine Magazine, ich habe nur mein Messer. Ich habe noch ein Magazin. Und ich gehe in die nächste Tür rein. Ich auch, das ist noch so ein Typ. Bei mir leckst du gerade übelst. Bei mir zum Glück nicht. Loil. Wie viel Schaden die machen, ey. Da haue ich nicht gleich. Oh, ne, ne Spritze. Ich haue nicht gleich rein. Ich habe schon fast kein Leben. Ich nicht, ich habe noch genug Leben. Ich nicht. Alter, wie ist es bei mir gerade? Okay. Geht aber auch nicht weiter, oder? Komm mal hier rein. Man kann hier in jede Tür rein, bis jetzt in die ersten zwei zumindest. Äh, nein. Oh, noch ein Magazin. Hä? Wie kommen die denn da rein? Ach so. Leck mich doch. Stirb, 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 stirb. Stirb. Wow. Da ist ja noch einer. Ja, da sind zwei in dem Gang. Okay. Ah. Da hat er nur Schuhe. Fehlt nix weiter? Ah ja, ein Magazin. Ich hebe mir jetzt die Magazine auf. Für den nächsten Boss. Ich gehe jetzt erstmal nur noch auf Messer. Du auch? Ja, ich bleibe jetzt auch beim Messer. Das ist eine gute Idee. Ich habe halt gute Ideen. Nein. Ne, ich liebe... Solange es hell genug ist, lasse ich das nur das Messer in die Hand ohne Handy. Ohne Handy? Es geht raus. Warte, warte. Du... Du läufst vor. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Na, ich wusste nicht, dass du noch nicht so weit bist. Das Polizeiauto hat man von hinten von draußen... Äh, von drinnen gesehen. Glaube ich. Ah, Mensch. Juhu. Oh, nein. Was denn? Los, weiter geht's. Bist du jetzt draußen? Ich bin draußen, ja. Oh! What the fuck? Drei Viecher! Drei? Ich bin gleich tot. Nix mit dem Magazin aufheben. Wow. Wo hab ich denn den Polizeiknüppel her? Ich hab einen Polizeiknüppel. Äh. Ah, hier. Geil. Äh, wie hab ich den jetzt gekriegt? Mit E? Lol. Der lag da auf der Pappe. Ich hab plötzlich... Ich hab einfach nur E gedrückt aus Versehen und auf einmal hat ich den in der Hand. Ist das... Ist der besser als... Ich glaub, der ist besser als das Messer. Ich probier's aus. Der hat auf jeden Fall mit dem Messer... Boah! Mit dem Messer, den wir auf dem Boden nicht treffen. Nee, also... Das ist... Zwei Schläge. Dann sind die tot. Da geht's runter. Oh, da ist ein... Zeitungsausschnitt. Und alles nochmal. Leck mich doch. Bist du tot? Bin ich tot? Ja, bin ich. Hahaha. Du... Okay, dann bleib ich... Mal hier stehen, wa? Bevor es da runter geht. Stipp doch einmal, du Kackvieh, du. Alter, wie mies die Viecher drauf sind. Oh. Shit. Meine Mutter. Ich krieg sie einfach nur. Ah. Bist du was aufregend? Kannst du mir aber globen. Oh, verdammt. Meine Aufnahme war nicht an. So, jetzt ist sie wieder an. Ja, ihr habt nicht viel verpasst. Außer vier Viecher. Und ich hab jetzt einen Polizeiknüppel. Und ich hab hier einen Zeitungsausschnitt gefunden. Und erwartet, wie es Männerfreundlich ist. Genau, jetzt warte ich hier. Genau, hier, also, ich bin hier rausgekommen. Und dann kamen mir da die Viecher entgegen. Über den Zaun geklettert. Und da hinten saß dann auch noch eins. Ja, vier Stück. Genau, vier Stück insgesamt. Oh, ich hab rausgefunden, die Viecher kann man nur mit den... ...knüppelschlagen. Außerdem hab ich diesen Knüppel, wenn man durch den Knüppelschlagen kommt. Nein, jetzt hab ich ihn nicht erwischt. Ich... 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 Bestimm mit besser, besser als mit dem Knüppel. Nein, ich bin mit dem Knüppel besser. Also behalte ich den Knüppel. Und mein... Und ich hab ein Magazin verbraucht, weil ich das nicht wusste. Voll unkorrekt. Und wir haben festgelegt... Festges... Ja, genau. Uns entschlossen, die Magazine aufzuheben für den nächsten Endgegner. Bis jetzt bald mal soweit. Boah, ja. Ich bin ja im epischen Kampf. Ich besiege die auf der Treppe, da machen die mir nicht so viel Schaden. Im episch-eklischen Kampf, ja. Ich will den Lightstick nicht. Lightstick? Ja. Bis jetzt da? Ich kämpfe gerade noch gegen das 1 und 4. Full lag. Frame-Empro. Okay. Warte, bei mir ist gerade... Ex... Und... Ah, hier ist der Zeitungsausschnitt. Warte. Depressed, we can... Don't really call. Hier, äh, da stand... Wenn du... Wenn du callen willst, drück Z. Geht nicht. Ne, meine Aufnahme ist gerade schon wieder abgekackt. Echt? Ja. Wie soll ich denn den... Send-Button drücken? Weißt du das? Was das Send-Button ist? Äh, das Senden? Nee. Wie soll ich denn die Nummer eingehen? Wie soll ich denn die Nummer eingehen? Jetzt kann ich wieder laufen. Habe ich jetzt abgesendet? Anscheinend habe ich jetzt abgesendet. Bist du schon wieder... Äh, auf Aufnahme? Nein, noch nicht. Okay. Ey, hier fliegt ein Moonschrauber irgendwo. Was steht hier? Ach, schon wieder der gleiche Zeitungsausschnitt. Na, was ist denn gleich? Bitte was? Ne, ich kann meine Aufnahme nicht mehr starten. Was los? Weiß ich ja auch nicht. Okay. Aber ist jetzt noch bis zum Speicherdingens? Ja, dann gehe ich auch da hin. Wo ist denn das? K-Patt-Next. The door is locked. They escape it. Ne, schon wieder ein Code. Ey, wo ist denn der Code? Wo muss man denn den eingeben? Ach da. Ah, warte mal. Vielleicht. Vier stellen Liga Code. Nachbar. Oh. 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 Hast du eine Ahnung, wo der Kurs sein könnte? Nee, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Speichern, Speichern und beende meine Aufnahmen. Oder, was heißt beende meine Aufnahme? Die ist ja schon beendet. Ja, warte, dann mache ich das auch. Wobei, vielleicht ist hier drin auch ein Kraut. Naja.